Und da sind wir auch schon wieder und nehmen jetzt mal das Dorf da unten auseinander. Leider gibt's da mega wenig Sauerstoff, denn Dave hat noch ne Bombe unterm Arm. Naja, willst du Stress da hin? Hallo! Junge, wie wirfst du die scheiß Bombe? Mach da eiskalt die Brücke kaputt. Guck, guck, guck! Haha, Junge! Ich hab den, oh, der hat Weintrauben gedroppt. Nein, jetzt sind wir die ganzen Lichter hier mit. Mach ich gleich, mach ich gleich. Guck mal jetzt. Geh weg! Ah, oh, uh! Also, ich bin oben im Schiff. Ich bin tot. Und ich bin fast tot, Junge. Muss jetzt erst mal Leben heilen. Guck mal, jetzt aus dem Bett heraus. Hui! Naja, die Antigravitation ist jetzt ja nicht so super hier auf dem Planeten. Müssen wir uns bei allen schnell durchrennen. Da unten an der Brücke liegt übrigens noch ne Weintraube. Nimm die mal mit. Bock. Junge, dann eben nicht. Alter, was sind das für geile rot blinkenden Teile da oben. Bücher, Bücher. Ja man, hier können wir noch mega absahnen. Jawoll, ich hab irgendwie ein Blueprint für Chili oder so gefunden. Und ich bin tot. Bei mir auch, Junge. Da stirbt man mega schnell. Das liegt an der Antigravitation. Wir brauchen so ein Luftpack. Scheiße, das hab ich nicht bedacht, als ich auf den Mond wollte. So, ich komm jetzt wieder. Jetzt sprinten wir durch. Wir sprinten durch. Bist du gerade über die Brücke gelaufen? Das Nöde ist, man kann nicht mal wirklich sprinten in dem Spiel. Jaja, man kann nur rennen. Immer das gleiche. Ich bin genau hinter dir. Scheiße, die ganzen Wachen wollen mich killen. Ey. Junge, die ballern auf mich. Und hier liegen so geile Sachen rum. Und ich bin tot. Aber ich konnte aus der Truhe noch ein paar Sachen mitnehmen. Scheiße, stimmt ja. Ich bin mit offener Waffe da durchgelaufen. Wie oft wir diesen Bildschirm hier jetzt sehen vom Küken. Junge, weißt du, das ist eine richtig fiese Kombination, wenn die dich angreifen. Und gleichzeitig du dann auch Schaden kriegst, weil du kein Sauerstoff hast. Und... Das wird uns hier noch öfter passieren, Junge. Wir brauchen dieses Anti-Schwerkraftsteil. Also nicht Anti-Schwerkraftsteil. Also nicht Anti-Schwerkrafts-Anti-Äh... Also Sauerstoff-Bahälter. Vielleicht finden wir hier einen. Vielleicht auch nicht. Also ich bin weg. Junge, warte doch. Lassen Sie erstmal hier in der Stadt alles... So nix. Planete. Weißt du was? Fick dich einfach, Junge. Fick dich. Fick dich. Arid-Desert. Scheiße, die sind immer noch hinter mir her. Tja, Tür zu. Nein, der Brunnen, der Brunnen. Ich muss den Brunnen retten. Der Brunnen. Nein. Ich bin tot. Pack mal das Klavier aus. Warte. Dann lass erstmal noch zusammen musizieren. Mal sehen, wie lange... Wenn wir losfliegen. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch neun Minuten. Ja, dann können wir erstmal noch so ein bisschen musizieren. Violin ist hier auch. Also WL... WL N LAN Violin. Haben wir. Das wäre das. Und dann... Oder Blackwood. So, komm. Mach WL Battle. Falls du das auf dem Klavier hast. Pack mal das Klavier aus. Ich muss gerade. Wo hab ich das? Hä? Ah. Wie heißt das? Äh, warte. WL Battle. Falls du diese Sachen hast. WL? Battle. Ja. Welches denn? Äh, das von deinem, wo irgendwie... dein Akt drin steht. Oder nimm einfach irgendeinen. Nimm mal Electric Bus. Dann nehm ich Liedgitarre. Bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins, play. Bist du bereit? Bist du bereit? Warte, ich hab unsere Stimme. Hör nochmal auf. Okay, dann macht das... Junge! Ich hab jetzt genau das Richtige gefunden. Komm wieder hoch. Das ist der Planet geil. Junge, was für ein Arsch. Was für ein Wichser er einfach nur ist. Nein, oh! Ich brenne! Mh! Iron Bar. Lassen wir mal da Platinum Ohr. Ja, lassen wir auch erstmal da. Na, Axt! Ah, das war meine erste Axt, die ich auch hatte. Nichts, nichts. Oh, Pixel und Flare. Komm nach links. Hier kannst du dann die Flare abholen. Geh nach rechts. Gehst nach links. Ja, okay. Mh. Mh. Der Schneeplanet. So, umgebracht. Jawohl, hier haben wir wieder so eine Mine nach unten. Jawohl. Jawohl, die Musik ist Hammer. Das ist toll, da kommt da so ein kleiner Penner. Da steht ja die ganze Zeit im Poison und stirbt. Geil. Was ist da drin? Gar nichts. Nice, toll. 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 Wie viele Flares hier sind. Wie viele Flares hier sind. Wo ist? Das Holz nehmen wir auch noch mit. Was haben wir da drin? Eine Bombe! Wie. Jawohl. Oh, gut, gut. Junge, wie schön groß hier alles ist. Haben wir noch Ironbow? Jawoll, Iron Bar Alter, hast du schnell das abgehackt Mit der neuen Spitzhacke Jaja, und noch etwas Kohle Nimmst du doch auch mal die Copper, oder hast du die? Ich hab ja die Copper Ja Was ist das denn für ein Schwert? Plant Border Wie viel hat der? Damage per Swing, 2.11 1.11, nee, aber noch eine Bombe Jawoll, schickes Teil Mist Ich hab nicht mehr genug Platz in meinem Inventar Für die ganzen Sachen Schmeißen wir ein paar Sachen raus Ich schlaf mal eine Runde im Zelt Komm her, komm her Pisser Jawoll, davon kann man ein O-Book kriegen Schlaf gerade noch unter 10 Junge, was ist das für eine Mine? Hm Ist die schick groß Schick schick, die ganzen Sachen muss ich hier dann gleich nochmal abgrasen Alter, hast du hier viel Iron Ore Aber mega viel Ich hab auch viel Copper Hm, jawoll Hier gibt es mega viele Rohstoffe Es wär schön, wenn's hier gleich in die Kohle gehen, wenn ich auch wieder nach Hause komm Medical Kids? Nice Ja, man Boah, Junge Fuck Ich hasse die Viecher, die einen töten, die immer fliegen Ja, ja, ich auch, die sind mega scheiße Oh Ups Jawoll, Morse Subway Oh Mal gucken Schau auf, die Luft Befrist Oh, was muss ich hier löschen? Das kann ich löschen Noch ein Medical Kit Wohl Wohl Hä, warum brenne ich? Weil ich hab einen Kuchen gegessen und brenne Vielleicht weil der zu heiß Ah ja, das kann sein Geh doch runter Alter, was ist das da auch für mega viel? Ich bin gleich voller Marsch Bist du doch immer Junge, mega geht's da nach oben Wob, ähm, nee, brauch ich nicht Scheiße, da hört das schon wieder auf Aber wir haben ja Gott sei Dank noch ein paar Gänge, die wir erkunden können Hier zum Beispiel Diese zwei Pixel, die da jeweils immer drin sind Was? Da ist er tot, hab ich gesagt Jawohl, gut So Ich hab Leder bekommen Cool Hm, die können wir mal alle mitnehmen Junge Was? Weil du jetzt einen Ohrwurm davon hast So, was werfe ich dafür weg? Das Ich werfe gerade auch ein paar Sachen weg Ja, mein Inventar ist mega voll Ich muss da mal ein paar Sachen raus tun Später Wenn wir wieder zu Hause sind Super, ich hab Fallschaden bekommen Vielleicht tot Ah, da ist dieses Schwert Scheiße Oh, ich geh wieder schlaf Guck dir Junge, jetzt nimm den scheiß Stuhl Bau den Stuhl ab Junge Genau in die Hülle des Löwens reingesprungen Tja Und ich geh wieder voll genesen Kuckuck Oh, weggebasht Alle beide Jawohl, fünf Stücke Kohle Und noch etwas Holz Und da meldet sich der Timer Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich jetzt bin Dass es jetzt auch mit dem Dingens klappt Ruckelst du nicht mehr? Nein Hui Hab ich dir schon gesagt Also Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Starbound Bis die Tage Tschau